Ok, dann aktiviere ich mal meine Waffen. Mal gucken wo die sind. Rechts ist was aufgetaucht. Links auch. Ich würde sagen links die zuerst. Wo geht denn jetzt meine Visierung nicht an? Hast du da hinten den Knopf betätigt? Den habe ich nun mal belegt. Ich mache es immer in 3D mittlerweile. Ich muss mich aber rumbeugen irgendwie. Ok. Na jetzt ist es an, ok. Ja, ich könnte es rumbringen, irgendwie doch lustig. Ok. Gucken dass ich ruhig halte und dann fange ich auf den ersten vorne an zu schießen. Ich nehme schon die letzte. Bereit. Ok. Ich habe es auch da geschafft. Haben wir es geschafft? Autoschießen? Ja. 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 Das ist den ersten schon kaputt. Aber nicht den, der verschossen hat. Aber nicht den, der verschossen hat, glaube ich. Der hat leider einen anderen getroffen. Ja. 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 Da sind die Fetzen geflogen. Ah, goh. Ich will mal so einen Anschub von dir sehen. Der hinten? Oh, der hinten hat dich leicht erwischt. Hahahaha. Ha ha ha. Brennen wir fein in der Luft? Ja. Ich habe einen Trigger gemacht, wenn wir einen von den Dingen beschädigen, da in dem Konvoi, das ein Gegner spawnt. Egal. Das ist ein Mi-Hubschrauber, der dann hierher fliegt. Oh, der braucht eine Weile, der spawnt ihn wie 20 Kilometer oder so weg. Ja, es geht viel schneller zu zweit. Ja, es geht viel schneller zu zweit. outright geht claimhatte. Verstehen. Die Tür ist auf. Verstehen. 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 Da läuft ein Typ zwischen den Bäumen meiner Seite von der Straße. Der Helikopter ist bald in Schussweite. Keine Ahnung wieviel er aushält. Aber er ballert gar nicht mit seiner AK. Ich bin mal gespannt, ich habe gegen den noch nicht gekämpft. Ich hatte vorher andere Hubschrauber drin und die hatten dann nur ein seitliches MG und der hat jetzt eine Hauptkanone. Der trifft bestimmt besser. Ich bin mal gespannt. Okay, hört der ein bisschen größer. Der trifft weg. Der ist jetzt da, der ist jetzt schon bei dir. Ah, hat er dich vielleicht getroffen? Das kann sein, dass der mich mit einer Rakete getroffen hat. Ich weiß nicht wo der hin will. Ich muss mal die zwei letzten Ziele ab. Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen.